willkommen liebe freunde bei extrem 24 ihre einkaufswelt für modelleisen bahnen und zubehör ja auch heute ist zubehör mein thema und ich habe ihnen etwas besonderes mitgebracht und zwar vertreiben wir ja auch auf unseren seiten der ein oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben in eigenfertigung 3d druck sachen und das ist ja gerade im moment ein bisschen in mode gekommen die großen hersteller können bestimmte sachen nur in großserien fertigen und das gibt natürlich den leuten die sich mit 3d druck beschäftigen unheimlich vorschub und damit kann man auch wunderschöne kleinserien und kleine dinge für die modelleisenbahn fertigen und das möchte ich mich mir in den heute vorstellen und da fangen wir einfach mal gleich an damit das haben wir schon ein paar tage bei uns im programm aber ich möchte es ihnen trotzdem vorstellen und zwar unter der artikelnummer xsf 21 haben wir einen prellbock anzubieten sie sehen es auch gerade im hintergrund bild schon angezeigt und diesen prellbock stelle ich ihnen auch gleich mal hier vor ihnen hin es ist also folgendermaßen dieser prellbock ist es kein fantasieprodukt sondern dieser prellbock den gibt es tatsächlich und das macht das ganze ja auch im 3d druck so hoch interessant dass man sich mit den dingen beschäftigen kann und die dinge nehmen kann die sozusagen auch im original sind und wenn wir schon beim original sind diesen prellbock gibt es wirklich und zwar steht dieser prellbock alle rennsburger und alle die da in der umgebung wohnen schauen sie sich auf ihrem bahnhof diesen prellbock an und wir haben ihn also als vorbild genommen und ihn im maßstab h0 1 zu 87 nachgebildet einen kleinen nebensatz möchte ich noch loswerden zu den 3d druck sachen das ist vor allen dingen soll auch vor allen dingen die leute ansprechen die sehr geschickt sind und sagen ich kolorieren wir das lieber ein bisschen selber können sie gerne tun ist auch gefordert und erwünscht muss ich sagen denn wir haben festgestellt dass im modellbereich immer mehr leute unterwegs sind die zum pinsel schere und messer greifen um dann sozusagen die dinge die sie da erworben haben auch einen individuellen touch zu geben so dieser wie gesagt prellbock steht im bahnhof rennsburg und damit sie mir das auch glauben haben wir natürlich auch original bilder dabei ich bin ja öfters mal in rennsburg und umgebung und dieser prellbock wie gesagt habe ich auch mal im bild festgehalten sie sehen also jetzt hier die verschiedenen ansichten von diesen prellbock er sieht so richtig runter gekommen aus richtig schmuttelig es ist ja auch immer wenn man mal unterwegs ist bei den bahnanlagen liebe freunde man sieht es immer wieder also prellböcke sehen in der regel nicht so toll aus also die sind da immer irgendwo am ende am schluss eines gleises angebracht entweder sie zugewachsen total verrostet oder steht nur noch ein eine schlussscheibe irgendwo und sagt hier ist das gleis zu ende aber wie gesagt diesen prellbock ich fand den ganz toll vor allen dingen weil er auch sehr stabil wirkt noch er ist ein genieteter prellbock und hier können sie sozusagen ihren fantasien freien lauf lassen und die farbe dazu sehen sie ja oder haben sie ja in den bildern gesehen man kann es also genauso machen es ein bisschen grün ich glaube das war auch mal eine zeit wo auch elektromasten so in so einem komischen grün gestrichen wurden und dieser prellbock ist ebenfalls in diesem grünen da ist die farbe natürlich schon ein bisschen abgeblättert das ist ganz klar und wie gesagt hier vorn diese beiden prellbocken holzplatten die sollen die puffern aufnehmen und da haben sie natürlich auch wieder alle gestaltungsmöglichkeiten und diese fettringe von den puffern die da gegen diesen holzbalken sozusagen schlagen entsprechend mit nachzubilden also wie gesagt hier können sie sich frei ausleben ich stelle ihnen einen zweiten prellbock daneben und diese beiden prellböcke sind packungsinhalt diese beiden prellböcke kosten 9 euro 80 ich sage noch mal die artikelnummer xsf 21 lieferzeit 1 bis 4 werktage finde ich also eine feine sache ist mal was besonderes ist was originelles und originales vor allen dingen also mit diesen breiten beiden prellböcken am ende ihres gleises ihres handel gleises im bahnhofsbereich oder im bw bereich oder sonst wo sind die wirklich ein kleiner hingucker hier oben übrigens weiß ich ob man sieht ich muss mal zeigen ist auch diese diese halterung angebracht das ist natürlich was für ganz geschickte finger diese diese schlussscheibe mit diesen schwarzen querbalken das müssen wir natürlich selbst rein pinseln aber ich habe es probiert es geht wirklich ist kein problem so zwei prellböcke xsf schön langsam sprechen spur h0 für 9 euro 80 für die tt fahrer ein kleiner hinweis aber auch für die spur tt gibt es die gleichen prellböcke zu kaufen bei uns ebenfalls zwei stück schauen sie einfach mal bei uns auf den seiten rein so die prellböcke lege ich mal beiseite was ebenfalls man jetzt nicht mehr so häufig sieht an bahnstrecken aber es gibt sie noch zumindest in den teilen wo kein digitaler zugfunk vorhanden ist auf nebenbahnstrecken die sogenannten signal oder strecken fernsprecher so mal sehen ob er stehen bleibt da ist ebenfalls in der spurweite h0 ebenfalls unbehandelt und hier haben sie wie gesagt auch alle gestaltungsmöglichkeiten den signal fernsprecher entsprechend ja noch zu kolorieren es gibt dazu auch vorbilder die bilder habe ich ihnen ebenfalls mitgebracht und da sieht man also wie sie im original aussehen natürlich wie bei der bahn üblich ziemlich runter gekommen ja diese signal oder strecken fernsprecher ist ja hauptsächlich fürs bahnpersonal gedacht gewesen das heißt also für die lokführer bei vorsignalen zum beispiel wenn wir anhalten müssen und der fahrdienstleiter dann entsprechend freigabeaufträge gibt oder der lokführer fragt was los ist oder der lokführer sagt meine lok ist kaputt egal wie jedenfalls diese signal fernsprecher sind denke ich mal ein muss auf jeder anlage zumindest bei den leuten die in der epoche 34 unterwegs sind in der epoche 5 klappt es auch noch denn dann fing das ja erst mal an mit diesem zug und streckenfunk bis das alles abgelöst war aber wie gesagt dieser fernsprecher ist so ein ganz kleines gimmick so ein ganz kleines teil was bei vorsignalen oder einer strecke generell aufmerksamkeit bietet so dazu gibt es natürlich noch ein kleines f also diese kleine signal tafel f für fernsprecher das liegt der packung mit bei damit sie also auch jetzt nicht mit pinsel das schwarze f malen müssen ich stelle mir das grauselig vor also wie gesagt hier gibt es dann noch so eine kleine sache von uns dazu dass sie das also auch richtig beziffern und beschreiben können feine sache der signal oder strecken fernsprecher unter der artikelnummer x sf 22 bei uns zu haben in der baugröße h0 und im tütchen kommen zwei stück und das alles liebe freunde zum preis von 6 euro 90 zuzüglich versandkosten und auch hier beträgt die lieferzeit 1 bis 4 merktage nette kleine geschichte mit diesem signal fernsprecher können das noch mal kurz anschauen artikelnummer x sf 22 sie haben auch diesen kleinen stand fuß schon unten wir haben jetzt hier ist noch eine kleine spitze normalerweise dran das wäre aber jetzt auf dem studietisch schlecht gegangen das hier rein zu rammen wer also das mit ganz besonders noch entsprechend anbringen will mit dem stand fuß in die anlage rein drücken richtig mit einer kleinen bohrung damit das ding auch sicher steht und dann einkleben auf dem studietisch haben wir darauf verzichtet da kriege ich nämlich ärger das können wir nicht machen so x sf 22 h0 strecken fernsprecher zwei stück in der verpackung tolle sache da können sie mal sehen was man alles mit so einem 3d drucker machen kann ich bin immer wieder begeistert davon und ich bewundere auch vor allen dingen immer die leute die das können und die das machen die dann stundenlang da sitzen und im 3d druck sozusagen diese dinge fertigen manchmal reicht ja auch schon ein foto habe ich mir sagen lassen um bestimmte dinge zu fertigen also ich finde es irre und ich finde es toll und vor allen dingen finde ich toll dass wir ihnen das auch anbieten können so nächstes angebot für heute unter der artikelnummer x sf 23 ebenfalls in h0 auch hier noch mal der hinweis es gibt auch kleiner ja also gucken sie sich bei uns auf der seite an ich stelle heute nur die h0 artikel vor auch hier im tt bereich liebe freunde der spur der mitte schauen sie sich bei uns ruhig um das bieten wir ihnen ebenfalls an in h0 was wollte ich ihnen anbieten x sf 23 absetz container jeder kennt die lkw auf der straße die zwei achsigen die diese absetzmulden oder container wie man sagt hinten drauf haben auf der hinterachse ist der sogenannte absetz kran befestigt mit diesen ketten und mit diesen ketten werden dann sozusagen die absetzmulden an ort und stelle abgesetzt wo sie gebraucht werden im baubereich im schutt bereich im allgemeinen transport bereich wo man also mit schuttgütern oder irgendwelchen bizarren zeug das zeige ich ihnen auch gleich noch hantieren kann mit diesen absetz containern so kommt aus dem drucker und ich finde es passt auch auf die fahrzeuge sind ebenfalls im originalen maßstab 1 87 abgenommen die passen also auch auf absetz container fahrzeuge die andere hersteller anbieten und das schöne ist diese diese container sind auch stapelbar ich habe ihnen noch mal einen mitgebracht in einer anderen farbe also sie sehen wir haben da auch schon manchmal mit mit airbrush halt nehmen wir nicht wir nehmen mal das die sind noch ein bisschen frisch so man kann das also auch stapeln die container für eine kleine ecke auf ihrer anlage zum containerhof im bauhof oder was auch immer oder eine baustelle auch da gebe ich mir gerade das stichwort da kommen wir gleich dazu passen diese absatz container wunderbar hin wie gesagt sind stapelbar können also das ganze auf einem bauhof garnieren bzw sie können diese container auch auf ihren h0 fahrzeugen die auf der anlage unterwegs sind ebenfalls nutzen so es ist eine detail tricke treue nachbildung einer absatzmulde oder eines absatz containers um das mal zu sagen es ist eine 10 kubikmeter mulde ja eignen sich für zum transport von kies schutt abfall oder schrott hatte ich gerade erwähnt in der verpackung bekommen sie die im doppelpack im zweier pack sozusagen geliefert stelle ihnen noch mal die unbehandelte daneben vielleicht kriegen was hin jawohl so so kommt er aus dem drucker und wie gesagt sie können die dinger richtig beschmutzen schmutzig machen bis anschlag damit sie also auch der realität ein bisschen entsprechen artikelnummer xsf 23 inhalt zwei stück kosten 9 euro 80 zuzüglich versandkosten und auch hier beträgt die lieferzeit eins bis vier werktage und dann haben sie die dinger schon zu hause auf ihrer anlage natürlich erstmal mit pinsel weil die kommen ja so und können dann entsprechend ihrem fuhrunternehmen entsprechend auch die farben ansetzen sodass das alles ein bisschen passend ist ja apropos passend was wäre ein absatz container ohne ladung ladung haben wir natürlich auch für diese container passend zugeschnitten und haben wir auch für sie parat unter der artikelnummer xsf 25 können sie also ihre ladung separat bestellen ich stelle ihnen das mal hierher vor den container passt also auch genau rein sie sehen es erstmal auch hier muss die ladung selbst dekoriert werden das ist zum beispiel kies kies hat ja verschiedene farben von beige farben über bläuliche farben wenn es also steinbruch kies ist und so weiter also wie gesagt ja ist der möglichkeit keine grenzen gesetzt für sie so diese ladung ich zeige ihnen das auch passt wirklich hervorragend hier rein und schon haben sie den container beladen ist eine feine sache unter der artikelnummer xsf 25 das wäre die beladung kies für drei euro zwanzig zuzüglich versandkosten lieferzeit eins bis vier werktage aber wir haben ja nicht nur kies zu bieten sondern wir bieten ihnen auch unter der artikelnummer xsf 26 eine container ladung mulden inhalt müllsäcke also müll abfuhr wird ja auch manchmal bei entsorgung wenn häuser entrümpelt werden so sieht es also aus die ladung mit den müllsäcken liebe freunde kann man also ebenfalls mit diesen absatzmulden absatzcontainern ja wegbefördern hier haben sie also die möglichkeit mit viel farbe weil müll ist recht farbig wenn man das manchmal sieht verschiedenfarbige müllsäcke also wie gesagt der fantasie ist da keine grenze gesetzt so da haben wir einmal diese müllsäcke und natürlich bieten wir ihnen natürlich noch ein ein drittes ladegut an wir hatten ja vorhin auch von abfall und schrott gesprochen ja und schrott war wie gesagt die inspiration unseres druckers eine schrott ladung haben wir ebenfalls anzubieten mit der artikelnummer xsf 24 ebenfalls für 3 euro 20 zuzüglich versandkosten also ich empfehle ihnen gleich hier ein paar ladungen mehr zu bestellen dann können sie auch recht variabel ihre fahrzeuge beladen und bewegen und sie haben natürlich ein bisschen was zu tun zu hause mit farbe und pinsel was sehr entspannt sein kann und auch sehr inspirativ sein kann so den container beiseite ich wieder ich passe das ganze noch mal zusammen unter artikelnummer xsf 25 die kiesladung für 3 euro 20 dann unter artikelnummer xsf 26 haben wir hier noch mal die ladung mit dem müll also ich stelle mir das spannend vor sie könnten mir immer ein paar bilder schicken wie sie diese ladung dekoriert haben finde das ganz toll ja und die letzte hatte ich ihnen ja auch gezeigt schrott auch hier gut da kann man ist viel rostig und viel braun und nicht mehr viel farbe aber diese drei ladetypen bieten wir an unter mulden in halt schrott ist unter artikelnummer xsf 24 bei uns zu haben ja liebe freunde kommen wir dann zu unserem nächsten angebot und da freue ich mich schon ganz besonders drauf weil wir glauben dass das eigentlich eine recht seltene geschichte ist aber stellen sich mal vor sie haben auf ihrer anlage eine straßenbaustelle ist ja nichts neues habe ich schon öfters mal gesehen auf anlagen und für diese straßenbaustelle bieten wir ihnen was ganz besonders an dann jetzt können sie mit den teilen die wir anbieten sogar in den untergrund gehen lange rede kurzer unsinn ich zeige es ihnen wo haben wir es hier im hintergrund haben wir es glaube ich schon eingeblendet oder artikelnummer xsf 55 die sehns so sieht es im grunde genommen zusammengebaut aus wir können also auch in die tiefe gehen sie können jetzt auch auf ihrer anlage ganz realistische ja graben gräben buddeln und sozusagen diesen modellbausatz für schachtringe und gullideckel jetzt muss ich mal gucken ob ich es in der richtigen reihenfolge mache wir haben sogar diese roh abgänge dabei die also verschiedentlich angesetzt werden können ich zeige ihnen das mal hier zum beispiel wo dann weiterführende rohre auch angedeutet und reingelegt werden können dann hat man zwischenringe und dann der abschluss zur straße nach oben einschließlich des gullideckels der liegt schon drauf halt umgekehrt so jetzt muss ich den drauf machen ist ein bisschen fummelig aber dafür ist das live so und dann gibt es natürlich dann noch diesen gullideckel das ist ein zwischenring gullideckel will ich auch nicht vorenthalten so und den gullideckel den kann man als abschluss also alles passend aus einem guss sozusagen hier oben drauf ich hoffe es gelingt mir ein wurf und es hat geklappt sehen sie so jettet also für straßenbaustellen geeignet wenn man also straßenbaustellen damit dekorieren will auch hier ist wieder farbe und pinsel für sie angesagt um das entsprechend auch noch zu dekorieren ja und was auch interessant ist diese einzelnen teile hier kann man auch sehr gut als ladegut verwenden also für lkws die diese teile für die tiefbaustelle benötigt werden rand transportieren also sie haben ja zwei verwendungsmöglichkeiten einmal nach entsprechend der dien sind ja auch entsprechend der dien gefertigt hier das ist also jetzt kein aus dem hut gemachtes ding das ist tatsächlich in den maßstab runtergebrochen so kommen die teile also auch auf der baustelle an und ja sie können diese in der tiefbaustelle einbauen sie können das aber auch als material ablagerung am straßenrand zum beispiel auch hinlegen oder hinstellen und es ist auch gleichzeitig noch ladegut für die lkws die dieses material an die baustelle bringen also hier mit diesen etwas kleinen teilen sehen sie schon anhand den drei beispielen kann man also wunderschöne sachen nachgestalten und auch verwenden so kanalschacht bausatz unter der artikelnummer xsf 55 bei uns zu haben ja und die ganze geschichte kostet 9 euro 80 inklusive mehrwertsteuer zuzüglich versandt und dieser kanalschacht ist auch in 1 bis 4 werktagen bei ihnen wenn sie also sagen mensch darauf habe ich schon lange mal gewartet das kann ich bei mir noch einbauen das kann ich gebrauchen bitte sehr mit unserem kanalschacht sind sie in der richtung bestens bedient und vor allen dingen hat es ihnen gerade gesagt er ist dien gerecht entsprechend gefertigt so liebe freunde der kanalschacht war die eine geschichte und weil wir beim bauen sind kommt jetzt eine ganz große geschichte auf sie darauf zu und da freue ich mich ganz besonders drauf ihnen das heute vorstellen zu können nämlich einen backer ich muss die gullideckel also könnte da kann bei der straßenbaustelle sicherlich mitverwendet werden ich stelle ihnen den erst mal hierher ein unlackierter bausatz eines novas backers ub12 33 ebenfalls aus unserem 3d drucker und der bausatz besteht insgesamt aus 23 einzelteilen liebe modell warner schauen sie sich das gerät mal an es ist ein original nachbildung maßstabs getreu 1 zu 87 in original abmessung und der backer als bausatz ist beweglich ich empfehle ihn aber dann trotzdem ihn dann nach der bewegung die schaufeln lassen sich bewegen die arme lassen sich bewegen man kann ihn auch hier unten im bereich des aufsatzes der ketten drehen dann würde ich ihn empfehlen das entsprechend zu arretieren so dass sie den backer in der arbeitsstellung auf ihrer anlage positionieren können so wie sie das brauchen ich zeige ihnen mal ganz schnell noch wie das aus unseren 3d drucker rauskommt so sieht das ganze also aus aber keine sorge liebe freunde das muten wir ihnen nicht zu die teile von dieser druckplatte sozusagen selbst zu entfernen das machen wir schon vorher im vorgang und sie kriegen den backer natürlich in den einzelteilen als bausatz den sie benötigen um ihn dann zusammenzusetzen das geht sowieso noch nicht so richtig denn diese teile müssen noch gehärtet werden unter uv licht weil sie sind noch etwas sehr weich ich wollte das ihnen nur mal zeigen das sieht gigantisch aus finde ich sieht ganz gigantisch aus aus wieviel teil so ein bagger besteht und wie man dann anhand der befestigung die müssen dann entsprechend noch sie kennen das ja vom modellbau vom häuserbau von den spritzlingen muss das dann entsprechend getrennt werden sie sehen also auch hier die türen sind einzeln mach es mal hier rum das dach ist einzeln sondern haben sie praktisch diesen grundkörper mit dem fahrerhaus so dass sie also auch hier entsprechend dann klarsicht folien als scheibe einsetzen können und so weiter also wie gesagt dieser bausatz ist hoch detailliert und sehr originalgetreu ich stelle ihn mal diesen netten backer wieder zurück artikelnummer sage ich ihnen auch gleich noch mal ist die xsf 54 in h0 sehen sie da haben sie zum beispiel eine andere stellung im hintergrundbild gehabt ich kann ihn dann auch noch mal zeigen stellen den mal davor so zum beispiel also man kann ihn sich so für die anlage zurecht bieten sage ich jetzt mal ganz vorsichtig nehmen sie es nicht wörtlich und den bagger in dieser arbeitsstellung bringen den man sozusagen für seine nachbildung im steinbruch um schotterwerk oder wo auch immer oder auf der straßenbaustelle wir hatten es ja eben positionieren kann ja den ein oder anderen wird novas bagger glaube ich nichts sagen aber novas ist eine marke gewesen eine bagger marke aus der dda die bagger wurden in der in nordhausen hergestellt kleiner kurzer geschichtlicher abriss dazu liebe freunde nach ende des zweiten weltkrieges wurde aus dem die firma gab es ja vor schon aus zwei betrieben eins gemacht auf befehl der sowjetischen militäradministration wurde dann unmittelbar nach dem krieg diese firma gegründet als vb das ganze nennt sich vb schwermaschinenbau novas und diese novas bagger die können sich auch aus der abkürzung schon ein bisschen ableiten steht für nordhausen ja und dann wurde unmittelbar nach dem krieg fleißig die bagger weitergebaut und entwickelt die teilweise auch aus den vorkriegsserien stammten und der erfolgreichste bagger der da gebaut wurde bis circa 1969 70 war der sogenannte ub 80 bagger das war einer der bagger die da am gängigsten waren aber die technik und ja der fortschritt hat es ja auch möglich gemacht die hydraulik kam dazu die bagger wurden beweglicher wurden schwerer wurden größer und ab den 1970er 71 jahren wurden dann auch so genannte voll hydraulische bagger angeboten und da war unter anderem dann auch dieser ub 12 33 dabei und die geschichte dazu der dieser bagger wurde 1984 auf der leipziger frühjahrsmesse vorgestellt der weltöffentlichkeit und gegen 1984 in serie so und wer also noch keine dimension von dem betrieb hat es waren also in nordhausen bei novas bagger sozusagen 1850 beschäftigt das muss man sich mal vorstellen es war also ein riesenbetrieb der nichts anderes machte doch hat auch noch andere sachen gemacht aber wir bleiben bei den baggern bagger produziert hat er war also einer der größten bagger produzenten in europa gewesen ja und diese bagger wurden zum beispiel auch in 50 länder exportiert die waren also ganz begehrt vor allem weil sie sehr robust waren ja und auch relativ vielseitig waren da wurde also viel investiert von der ddr damals ja und dieser 12 33 ist auch einer der bagger gewesen der sozusagen als kälte bagger gilt hier wurden also bestimmte mechanismen und dinge eingebaut so dass er also auch an den kältesten regionen arbeiten konnte zum beispiel in der damaligen sowjetunion und die sowjetunion war ja damals auch einer der größten abnehmer dieser bagger und da wurde also sehr viel investiert die geschichte hat auch ein ende mit den novas baggern nämlich das können sich denken zur wende wurde dieser betrieb dann privatisiert wurde in eine gmbh überführt und käufer dieses betriebes war die papenburg gruppe so der papenburg ist können sich alle selbst vorstellen ja das also die kurze geschichte zu diesen baggern ich finde es ein sehr gelungener bausatz und ich zeige ihnen noch mal die einzelteile damit sie also auch wirklich sehen brauche ich nicht so die das fahrwerk unten ist klar das kommt als als einzelteil das muss dann zusammengesetzt werden zu dem unterteil dann kommt das oberteil sehen sie auch hier schon ich hoffe man sieht es mit einer kleinen bohrung versehen wird dann also auf das fahrwerk aufgesetzt so dass sie dann dieses dieses oberteil sozusagen drehen können was mich immer wieder fasziniert auch beim 3d druck ist dass die hydraulikleitung und so weiter also feinste sachen nachgebildet werden können das ist also für mich immer eine brezel muss ich ganz ehrlich sagen das ist also das oberteil das kommt als kompaktes teil dann aus dem drucker oder beziehungsweise von der platine ich hatte es ihnen ja schon mal hier gezeigt so sieht es also aus und dann so kommt das in der verpackung zu ihnen wollen sich also keine sorgen machen so dann sehen sie zum beispiel auch hier das fahrerhaus völlig offen und das hat auch den guten grund damit sie besser die klarsicht scheiben entsprechend dann einkleben können mit fahrersitz mit bedienbetale ich gucke ich stelle das ding mal auf den kopf ich hoffe man sieht es die inneneinrichtung oder das bedientableau ist ebenfalls da kann also entsprechend reingesetzt werden apropos reingesetzt da fehlt ein fahrer werden sie sicherlich festgestellt haben ok die haben wir natürlich auch und da verrate ich ihnen jetzt mal was die ersten zehn die bei uns diesen bagger kaufen kriegen den fahrer eigentlich kostenlos dazu so sind sie auf der platine und sie kriegen nicht nur was kostenlos dazu für die ersten zehn besteller da verrate ich ihnen auch mal was also welt den frank puttig bei sich zu hause haben will muss ich also beeilen und so ein bagger bestellen denn ich habe modell gesessen kein witz ist so ja liebe freunde so ist das wozu ein moderator bei extrem 24 alles herhalten muss sie haben ja keine ahnung keine vorstellung das geht von abwaschen und was weiß ich bis sonst wohin mittagessen kochen und probesitzen für den uw 12 33 ja sie haben also hier gesehen das offene fahrerhaus ich zeige ihnen noch mal die teile dazu das ist dann sozusagen das dach zum oben drauf setzen hier die tür gucken sich das an so das lässt ja auch viele spielarten offen mit den türen die müssen ja nicht immer zu sein bei mal bei vielen backern stand ja die türen immer offen auch dem frontscheiben bereich wie gesagt sind doch meistens angeklappt gewesen also sie hier lassen wir die fantasie bei ihnen wie sie das gerne haben möchten ich habe noch eine graue tür in der schüssel so weit zu diesen einzelteilen also hier müssen sie ein bisschen zusammensetzen es ist aber kein großes problem es ist für den geübten aber auch ungeübten modellwarner zu schaffen das ist also überhaupt kein thema dann noch mal zur erinnerung fahrer glas und so weiter ist im lieferumfang normalerweise nicht enthalten das muss dann entsprechend extra bestellt werden aber ich hatte ihn ja gerade versprochen für die ersten zehn bestellungen kann also backerführer willi oder backerfahrer frank den gibt es dann dazu dann dürfen sie sich also den frank puttig in den bagger setzen dann kann ich auf ihre anlage ein bisschen rumwagern so jetzt sind sie sicherlich interessant was das ganze kostet das kostet natürlich was artikelnummer sage ich gerne noch mal vorneweg xsf 54 und dieser ganze bausatz und dieser ganze bausatz kostet 43 euro 90 zuzüglich versandkosten und auch hier die lieferzeit eins bis vier werktage ja was sagen sie nun also ich finde diesen bagger unglaublich schön man kann ja unheimlich fantasievoll das ganze auf seiner anlage platzieren seine anlage bereichern aber nicht nur oft anlagen sondern auch für die rahmen bauer sind diese fahrzeuge hochinteressant und ich verrate ihnen jetzt mal ein kleines geheimnis ich weiß dass da mit sicherheit noch ein bisschen andere sachen hinterher kommen das ist also der auftakt dieser bagger ja so sieht es also aus das waren eigentlich meine fünf angebote heute für sie das ganze noch mal revue passieren wir hatten angefangen mit dem prellbock aus dem bahnhof renzburg dann ging es weiter mit den signal fernsprecher dann hatten wir die absatzmulden mit den inhalten im angebot die inhalte habe ich auch noch mal hier so dann ging es weiter mit der straßenbaustelle sozusagen mit den kanal schacht und deckeln auch das habe ich hier noch mal ich hole das schnell noch mal hier rüber so sieht es also aus wer also eine baustelle originalgetreu eine tiefe grabenbaustelle eine straßenbaustelle nachgestalten wird kann das also iso und dien gerecht machen und diese teile hatte ich ihnen ja auch gesagt eignen sie auch hervorragend als lagerbauteile auf bauhöfen oder am straßenrand und die dritte verwendung die mir da einfällt wäre auch als ladegut also tolle sache ja und über den bagger haben wir uns ja eigentlich ziemlich zum schluss ausführlich unterhalten und ja zu diesem bagger gibt es natürlich noch etwas zu sagen das möchte ich nicht unterschlagen ähm da gibt es ähm dieses begleitblatt dazu halt ein bisschen höher so sieht es aus das ist ein faltblatt dann haben sie hier oben rechts abgebildet äh den bagger wie er in den einzelteilen als bausatz zu ihnen kommt ja also wie so eine kleine bauanleitung was nehme ich da als beispiel ikea nein so schlimm ist es nicht so schwierig wird es nicht ähm dann gibt es äh nochmal eine anleitung welche materialien sie benötigen modellbaukleber pinzette seiten schneider schleifpapier also recht einfache dinge dann gibt es nochmal einen kleinen geschichtlichen abriss zu diesen 1233 ub1233 zu diesem bagger was ich ihnen gerade erklärt habe mit entsprechenden originalfotos dazu das finde ich also ganz toll auch diese fotos haben sie ja bei uns gerade noch schon mal gesehen das ist also ebenfalls teilweise aus diesem papier ja und hinten drauf das finde ich mal was ganz tolles was geschichtliches liebe freunde das will ich ihnen ebenfalls nicht vorenthalten ähm das ist so ein ja wie so kleines ja unikum da steht ein es steht drüber von der technischen hochschule otto von goericke aus magdeburg ein gutachten zum hydraulischen universalbagger ub1233 des vb schwermaschinenbau nohab nordhausen dieses gutachten beschreibt also diesen bagger und die verwendeten teile die originalteile natürlich und ähm sagt also dass dieser bagger sozusagen das versuchsprogramm durchlaufen hat alles für gut befunden wurde und am 1.12.1983 ähm wurde dann dieses gutachten gemacht und der bagger sozusagen freigegeben und äh unterschrieben hat es ein professor dr sc der technik ruhlmann wissenschaftsbereich wissenschaftsbereich leiter baumaschinen und so weiter also ein sehr langer name und mitglied der bauakademie der ddr war er auch also das wie gesagt ist so ein kleines gimmick hinten dran da freue ich mich ganz besonders dass wir das bei diesem bagger mit beifügen können dieses papier kriegen sie natürlich auch und dann wissen finden sie alles wissenswerte zu diesem ub1233 so jetzt bin ich aber wirklich am ende liebe freunde ich hoffe dass ich mit dem 3d druckbereich ihnen ein bisschen ein blick verschaffen konnte auch eine gewisse begeisterung auslösen und ich kann ihnen auch verraten und versichern einige teile davon haben auch auf meiner anlage schon platz gefunden es macht riesig spaß selbst mit pinsel und farbe ein bisschen zu kolorieren das ganze und es ist gar nicht so schwer wie es aussieht ja das war's im großen und ganzen zum 3d druckbereich eine frage beziehungsweise eine bitte habe ich noch weil ich am anfang gesagt habe wir sind im kleinen serienbereich unterwegs natürlich nehmen wir auch gerne ihre anregungen und wünsche wenn sie machbar sind entgegen sie können mir ja einfach mal eine e-mail schreiben die ist jetzt hier unten eingeblendet f.buddich.extrain24.de sie können mir da auch gerne ihre meinung mitteilen würde mich riesig darüber freuen und dann bleiben wir auch ein bisschen mehr in kontakt und vielleicht entsteht das eine oder andere ja in dem bereich auch aufgrund ihrer anregung also ist doch ein angebot aus meiner seite für sie ja was wollte ich noch sagen ich habe mich den ganzen tag schon hier an meiner x train tasse festgehalten wunderbar aus unserer merchandising abteilung wenn sie sagen also so ein trinkbecher hätte ich gerne auch kein problem 8,50 Euro können sie bei uns bestellen auch in eins bis drei werktagen ist diese werktasse diese trinktasse bei ihnen zuhause so das war's für heute bedanke mich fürs zuschauen und freue mich aufs nächste mal mit ihnen wenn ich ihnen neuheiten aus unserem x train program vorstellen kann bleiben sie schön gesund machen sie es gut bis zum nächsten mal tschüss ihr frank buddich bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal